Florian Silbereisen und Beatrice Egli, das Traumpaar der Schlagerszene, haben in den letzten Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ihre Beziehung, die lange Zeit im Verborgenen blühte, ist nun zu einem der am meisten diskutierten Themen in der Unterhaltungswelt geworden. Und nun, nach vielen Gerüchten, Spekulationen und dem Wunsch vieler Fans, ist es endlich soweit, Florian Silbereisen hat Beatrice Eglis Traum von einer Traumhochzeit wahrgemacht. Doch die Geschichte, die sich hinter diesem großen Ereignis verbirgt, ist alles andere als gewöhnlich. Sie ist voller Emotionen, Überraschungen und dramatischer Wendungen. Die Vorbereitungen für die Hochzeit waren intensiv. Wochenlang arbeiteten die besten Planer, Designer und Floristen an den Details, und sicherzustellen, dass dieser Tag perfekt wird. Die Lokation war ein malerisches Schloss am Rande eines idyllischen Sees, umgeben von alten Eichen und blühenden Rosen. Alles war bereit, und den perfekten Moment für das Paar zu schaffen, das ihre Liebe vor den Augen der Welt besiegeln wollte. Der Tag begann strahlend. Die Sonne schien, und der Himmel war wolkenlos ein perfekter Tag für eine Hochzeit. Beatrice war in ihrer Suite und bereitete sich auf den großen Moment vor. Ihr Kleid, ein Meisterwerk aus Spitze und Seide, hing vor ihr, und sie konnte kaum glauben, dass dieser Tag endlich gekommen war. Während sie sich die Haare machen ließ, dachte sie an die lange Reise, die sie und Florian zusammen unternommen hatten. Es war nicht immer einfach gewesen, aber sie hatten immer zueinander gestanden. Doch während sich Beatrice auf ihre Hochzeit vorbereitete, ahnte sie nicht, dass Florian mit einem inneren Kampf zu kämpfen hatte. Schon seit Wochen plagten ihn Zweifel, und diese hatten nichts mit seiner Liebe zu Beatrice zu tun, sondern mit einem Geheimnis, das er seit einiger Zeit in sich trug. Er hatte versucht, es zu verdrängen, aber je näher der Hochzeitstag rückte, desto schwerer wurde es für ihn, diese Last zu tragen. Als Florian in seinem Anzug vor dem Spiegel stand, konnte er die Anspannung nicht verbergen. Sein bester Freund, der ihm beim Ankleiden half, bemerkte es und fragte besorgt, Florian, alles in Ordnung, du siehst aus, als ob dir etwas auf dem Herzen liegt. Florian zwang sich zu einem Lächeln und versicherte ihm, dass alles gut sei, aber innerlich wusste er, dass er Beatrice die Wahrheit sagen musste, bevor sie sich das Ja-Wort gaben. Der Moment der Wahrheit kam, als Beatrice in ihrer vollen Pracht die große Treppe des Schlosses hinunterschritt. Alle Augen waren auf sie gerichtet, und Florian wartete am Ende des Ganges, das Herz schwer vor Aufregung. Als sie endlich vor ihm stand, sah er in ihre strahlenden Augen und wusste, dass er diesen Moment nicht länger hinauszögern konnte. Beatrice, begann er leise, aber deutlich, bevor wir diesen Schritt gemeinsam gehen, gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Die Gäste hielten den Atem an, als Florian seine Hand auf die von Beatrice legte. Ich habe ein Geheimnis, das ich dir verschwiegen habe, und es ist mir wichtig, dass du es weißt, bevor wir uns das Ja-Wort geben. Beatrice blickte ihn überrascht an, doch in ihren Augen lag auch Verständnis. Florian, was immer es ist, wir können es gemeinsam durchstehen, sagte sie mit sanfter Stimme. Florian nickte, aber es fiel ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Vor einiger Zeit ist jemand aus meiner Vergangenheit aufgetaucht, und es hat mich mehr durcheinander gebracht Tee, als ich zugeben wollte. Es gibt noch offene Fragen, und ich musste mir darüber klar werden, wie ich damit umgehe. Die Gäste waren wie erstarrt, und Beatrice suchte in Florians Augen nach Antworten. Heißt das, du hast Zweifel an uns? fragte sie vorsichtig. Florian schüttelte den Kopf. Nein, Beatrice, das nicht. Aber ich wollte ehrlich zu dir sein, weil ich dich liebe und weil ich glaube, dass wir nur so eine echte Chance haben. Beatrice atmete tief durch und lächelte. Florian, wir haben beide unsere Vergangenheit, aber was zählt, ist die Zukunft, die wir zusammen aufbauen. Ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen, solange du es auch bist. Florian fühlte eine Welle der Erleichterung über sich kommen. Ja, Beatrice, ich will nichts mehr als das. Aber ich wollte sicher sein, dass du es weißt. Mit diesen Worten nahm Florian Beatrice Hand fester und führte sie zum Altar, wo sie sich schließlich das Ja-Wort gaben. Es war ein emotionaler Moment, bei dem viele der Gäste Tränen in den Augen hatten. Trotz der dramatischen Wendung kurz vor der Zeremonie war die Liebe zwischen Florian und Beatrice stärker denn je, doch die Überraschungen sollten damit nicht enden. Nach der Zeremonie, als das Paar die Glückwünsche der Gäste entgegennahm, überreichte Florian Beatrice ein kleines, insamt gehülltes Kästchen. Beatrice, das hier ist ein Geschenk, das ich dir schon lange machen wollte, aber ich wollte den richtigen Moment abwarten. Beatrice öffnete das Kästchen und fand darin einen Schlüssel, aber nicht irgendeinen Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu unserem neuen Zuhause, erklärte Florian, ein Ort, den ich für uns beide gefunden habe. Ein Ort, an dem wir unsere Zukunft zusammen beginnen können, ohne die Schatten der Vergangenheit. Beatrice war sprachlos. Tränen der Freude und Erleichterung liefen über ihr Gesicht, und sie umarmte Florian fest. Das ist das schönste Geschenk, das du mir machen konntest, flüsterte sie. Die Gäste applaudierten und jubelten dem frisch vermählten Paar zu, das nun voller Hoffnung und Liebe in die Zukunft blickte. Dieser Hochzeitstag, der mit Zweifeln und Enthüllungen begann, endete in einem Märchen voller Glück und neuer Anfänge. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben nicht nur ihre Liebe vor der Welt besiegelt, sondern auch bewiesen, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann.